Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Payday2 mit... Ich arbeite L.P. und Heiko... A.K. Juli. Hallo. Ja. Ja. Ja, ich bin noch mit WhatsApp. Achso, ich muss aber Überfall starten. Wäre vielleicht nicht schlecht. So, Vorteile. Wenn wir jetzt noch... Es gibt wieder keinen Plan. Weck mich. Soll ich wieder Munition... Wenn wir jetzt noch... Brauchen wir eine Munitionstasche? Benzinkanister? Ja komm, einer nimmt wieder Munitions... Ah, warte, ne. Heiko? Ja? Wie viel Geld? Was, wie viel Geld? Hast du? Achso, 118.000. Dann kaufst du die Munitionstasche. Ich weiß nicht mehr, wo man die kauft. Bei... äh, Vorteile. Okay. Ähm... Habe ich... Loil, Benzinkanister. Ja, aber... Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich weiß es auch nicht. Arzttasche wäre eigentlich gar nicht so dumm, glaube ich, oder? Ja, dann hol ich Arzttasche. Okay. So... Also, ich bin bereit. Ja. Ja. Heiko sagt ja. Ja, ich hab's vorbeigedrückt. Klar. Ja. Ja, ich hab's verstanden. Ja, ja, ich hab's verstanden. Fingst du's auf hier? Ich hab gar nicht zugehört. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja. Dürfen wir da so rein, oder? Ja, klar. So, jetzt mal das Einkaufsladen. Wir wissen nur auch schon, dass wir links reingehen wollt, eben ins Def-Orden oder sowas. Okay, was liegt hier? Oh Leute, das liegt hier schon, das Medic-Ding und alles. Ja, 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 ja. Ja, ist doch geil. So, geh die Rolltreppe nicht, hm? Ja, ja. Voll unruhig. Spieß von unrealistisch. Da ist so ein Wachentyp. Ein zweiter Typ. Solange wir nix... nix machen. Wir suchen uns irgendwo einen Laden raus, der nicht so... Hey, Juli, schau mal. Schuhe. Haben wir immer nur... Nur drei Paare, oder das der... Der Wachtyp. Ah! Ja. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. 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 Schuhe von ihm, oder so? Nee. Ey, in Back... Ich kann... Ich kann Backautomaten aufmachen. Ja, das kannst du machen. Mach, 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 ich guck. Wacht, mach, mach, ich guck. Du war... Ach, mach, 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 typ kommt. Ja, ich mach, macht. Wachttyp kommt. Wenn auch nur das später. Tschö doch mal. Jetzt schon mal sowas. Julee. Mach, kein Scheiß. Ich gehe mal noch einen Stock höher. Hörer Kosmetik. Alter wie viel Läden wir haben. Da ist einer drin. Alter es gab niemand drin, in der Fitnesssendung. Was haben wir hier? Wie viele Läden haben wir hier? Das ist noch mal eine Treppe. Echt, das ist eine gute Idee. Ein geschlossener Laden. Da müssen wir kurz aufbrechen, aber dann ist da keiner drin, der uns stören kann. Ach, nur du bist gerade hier oben. Wir sind zu viele wach, Leute. Ja, das ist richtig unnormal. Ich muss mir jetzt hier schnell vorbeilaufen. Was? Was tut ihr? 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 Ich weiß nicht, ob du hier einen Safe hat. Was? Ich hab ihn nur tot. Ich hab ihn noch nicht getötet. Der eine ruft an. Der eine ruft an. Der eine ruft an. Ja, hab ich weg. Gut. Hörsch, habe ich den Passage schon nicht geantwortet. Na gut, dann, äh, ja. Ich versuche alles mitzunehmen, was es geht, aber hier geht's jetzt zu mitnehmen. Bei mir auch nicht. Kein Taschen verprügelt, wow. Ich, in dem Laden kann man jetzt halt nichts mitnehmen. Komm hier was mitnehmen? Na? Was hast du aufgenommen, oder? Ich bin in der Pakete. Keine Ahnung. Das ist der Vorteil und alles. Oh, ich kann nicht mitnehmen. Die Tür einschlagen. Doch. Äh, ja-deh, fast gar nichts ist. Okay? Wo soll man dann hier was rauskommen? meant na wc laden hier? Ja, hier ist ein Säge. Das Ding braucht 174 Sekunden, nur knapp ein Blut. Nein, wir haben keine Säge, stimmt ja. Wir haben irgendwie sowieso Wasser einen Fehlensfall. Okay, hier oben liegen drei, drei Dinger mit Schmuck. Geh ehrlich so wegnehmen. Ey, was ist denn das? Geht's hier mit dem übelsten Gewinnen als Technik? Geht's hier nicht mal Kassen? Aber hier. Was? Im EMC stößt aber, da kann man am Geldautomaten verwenden. Das ist einfach aufgegangen, so groß. Ich hab 25.000 gefunden. Geh mal, komm, ich hab den jetzt verwendet. Kann man nur einmal machen. So. Ich hab's hier mit dem Winkel. Ah, leg! Ja, bei mir auch. Was ist ein Allround-Leg? Die Bohrer hängt da hoch. Revalierst du schon einen Bohrer? Nee, ich geh rüber. Ich versuche zum Bohrer zu gehen. Wo ist denn der überhaupt? Ja, mach du das. Du kannst schneller machen. Da drinnen in dem Äpfel-Laden muss es dann... Ja, natürlich kein Äpfel-Laden. Ein Birnen-Laden. Ich habe wirklich was vergessen. Da kommt schon das Worte. Ich schlag alles kurz im Kleinen. Wahrscheinlich treffe ich die Köpfe nicht. Auf der Flüge! Auf der Flüge! 10 Grad! Oh, hier sind ein Autoverkäufer. Hier müssen 100% safe sein, oder? Hier ist nichts. Das ist ein Sniper. Und das ist ein Sniper. Was ist denn das? Ein Sniper ist down. Hier sind drei Küchen, äh, hier drei Säcke mit Schmuck. So, wie, aber das bringt uns eigentlich fast gar nichts, wenn wir die irgendwo da hindringen müssen. Auch nichts. Alter, wo ist das denn alles ganze Zeug? Fertig, Bohrer. Fertig? Oh, oh. Oh, nee. Fertig, ich time-out. Was? Fertig hat time-out. Ja? Ja. Fertig, ich rausgewiesen, wir sind noch zu zweit. Ja. Aber kann ich kein Pause machen, oder? Wenn du... Drück mal Escape. Äh... Wenn wir bald Escape drücken. Hui! Hast du? Warte. Ja. Geht natt. Geht nie? Warte, ich drück nochmal. Ne, die bewegen sich weiter. Okay. Gut. Da war ich schon. Und? Ja. Ja, ja. Da liegt schon eine Tasche. Ist da ein Typ drin oder Geld? Da sind drei Säcke mit Geld. Okay, nicht schlecht. Aber komm, den Sniper hierher. Loser-Interview-Channel. Das ist ein Typ drin. Ah, das ist wieder da. Wie? Ja, bestimmt auch. Paddy, ich hoffe, du kannst es nachschauen. 25000. Halfway, keep moving. Alter, wo sind denn diese... Ach, da. Paddy, kannst du nachschauen? Hallo, Paddy? Und wieder. Ich glaube, das wird jetzt glaube ich noch öfters sein. Oh mein Gott. Was für nur unsere 1000... Ach so, wir wollen nur 50.000 erfolgen. Alles klar. Ach so, das bist du. Ja, hör auf. Ich muss schießen. Ja, und? Okay, gerade ist ich gerade kein... Scheiße, wie ich so... Hab keine Ungewirr-Somot. Heiko, was machen wir hier? Lass dich dich hier liegen lassen, oder? Was? Die Taschen? Ja. Ja, lass ihn mal noch nicht. Was kann ich hier machen? Kann ich hier was machen? User entdeckt deinen Kanal. Da ist er wieder. Ja, Timed Eglard wieder raus. Alter, nein. Was? Hier sind so viele. Ich weiß nicht, war ich hier schon? Ja, war ich schon. Gut, Spicker. 35k Guide. Pfff. Was ist noch... ...geil, ey? Badee! Nein, in der Fresse. Heiko, ich glaube, das regt den ein bisschen auf, oder? Nein, ich glaube schon. Ey, jetzt sitzt es... Warte, warte, warte. Oh, scheiße. Warte, 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 warte. Warte, warte. War der hier, oder war hier? Warte, warte. Oh, krass, wie die sich hier abseilen. Komm hoch. Ja, oben haben sich gerade welche abgeseilt. Alter, wie genau zielen die bitte? Oh, die A-Botten. Die haben aber mega A-Botten, Wallhack und alles. Alter, wie viel Seil ist ich da, mein Peter? Ja, wie lange soll es noch so weitergehen? Wäre ich dumm, warum geht ihr einfach so drauf? Oh Gott. Abzug Zivilist getötet, der hat bescharmatet. Heiko, ich brauche Hilfe. Achso. Da hast du bescharmt hier drin. Ich brauche Hilfe. Wo bist du denn? Ach, du geht links, links Clay. Im Treppenhaus, ich brauche noch eine. Boah, danke. Oh, scheiße, Alter. Alter, Alter. Oh. Oh. Achso, das ist nicht unsichtbar bei Mauer. Natürlich. Natürlich! Ah, was sehe ich da? Okay, warte, warte, warte. Seien licht da schon wieder welche ab! Ich habe da gar keinen Polizei-Vorschluss. Warte auf den Hubschrauber. Ah, verstehe. Auf den Boden! Auf den Boden! Okay. Wir warten auf den Heli, toll. Wo kommt der? Ich kriege da noch mehr Traschen raus, ja? Mega. Da liegen drei Stück. Nein, bisher noch nicht. Vielleicht. Nee, hast du gerade eine oder was? Hm? Was habe ich? Oh Gott, ich lege wieder. Ich lege wieder. Ich lege mal auf Sachen, ey. Wo bist du denn, Alter? Oh, der Rolltreppe wieder. Ah, nee, mir wird schon aufgeholfen, mir wird schon aufgeholfen. Na gut. Ja, komm... Alter, ich hab von Ruhe, da. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Aber, tragst du gerade eine Tasche, oder? Nein! Dann trag mal eine, weil wir... Der... Tür noch rein, so. Weil das beeinträchtigt... Das beeinträchtigt nicht wirklich. Ja. Ja doch schon. Der soll jetzt da sein, das ist er. Wo denn? Da. Äh... Scheiße, wie sollen wir denn bitte da nach hinten kommen? Alle töten einfach. Warte. Du bist lustig. Dann aber auch nicht weniger, also... Hast du eine Tasche? Ja, ich muss aber hier kurz... Munitions... Links. Fertilzeit, Guys! Bist du hier? Was ist das? Ich glaub, du musst nur hier herlaufen. Nicht? Ich weiß es noch, man kann ja nirgends hin. Oh, das ist ein Lüser, ich bin für Eterno. Ui, lol, alter. Paddy? Mhm. Ach, du bist wieder da. Mhm. Was ist denn? Alter, Paddy, wir brauchen dich! Oh, du Scheiße. Wenn sich nur Steam online machen, würde ich gerne. Oh, der kommt jetzt her? Ja, ich weiß nicht, von wo ich an bin. Du sollst hier herkommen, hier ist gar kein Problem. Ich hab alle gelötet, man. Aber bei mir ist denn jetzt ein Haufen! Ja, dann renn hierher! Geht nicht! Oh. Jetzt kommt der Stier, der alles regelt. Wahrscheinlich. Ah, der Judy. Ah, nein. Nein, Paddy, danke. Willst du mich verarschen? Alter, bei mir, bei mir, ich lieg gleich wahrscheinlich. Wieso? Was tust du denn auch? Du sollst nur hierher kommen. Es gehört nicht! Ah, jetzt kommt der Stier an mir an dich. Ja, wir müssen. Ja, nein, ich will. Ich glaub, die Menschen. Alles in die Hälfte! Ah, jetzt wirst du dich beeilen, wenn das... Ähm, ich schaff das gleich nicht mehr. Erst mal. Das würde warten. Jetzt kommen hier wieder überall welche. Joli, guck mal! Was denn? Scheiße Munition! F*** dich! Alter, was habt ihr schon gemacht? Nichts. Warum sind hier so kackenfiele Leute? Weiß ich nicht. Aber wer kommt in die? Petty, hast du Schmuck? Nimm mal den Schmuckkoffer, als bist du unten, du Vollidiot. Aua, Aua, von wo? Weg, weg. Komm, schnell, 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 schnell. Ich weiß nicht von wo. Die sollen sich ab. Alter, wir müssen nur Trifling herlaufen, Allega. Bist du schon? Oh Gott! Hallo? Ja, aber Heike, wo bist du? Ja, da, einfach zu dem Symbol, wo das Männchen ist, soll schweben. Ja, aber weißt du, wie viele Leute da hinten stehen? Ja, die waren vorher die ganze Zeit alle weg, die sind gerade eben erst wieder gekommen. Gibt's nicht irgendwo einen Hinterausgangs oder sowas? Wie genonten rum. So, jetzt komm schnell daher, dann können wir gehen. Ja, Petty, komm, komm, die sind so gut wie weg. Jetzt ist wieder so gut vorhin. Wo ist denn das Symbol? Hier? Ja, hier herlaufen einfach. Da ist ein Seil, da sieht das ja wahrscheinlich gar nicht so gut. ... ... ... ... ... ... Aber was? Was macht der jetzt? Aua, 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 ich weiß nicht von wo. Was müssen wir machen? Ja, da bist du doch da. Cissi. Ach, wir müssen das Zeug da hinwerfen. Gucken wir da. Oder? Was ist das für ein Symbol? Haben wir was vergessen? Nein. Oder haben wir die 50.000? Ja, okay, weg. Aua, ich hab keine Muni mehr. Ja, hier ganz hinten ist ein Waffenling. Wirst du doch eigentlich machen, wenn du das nächste Mal was machen, oder? Flucht ist möglich, Flucht ist möglich. Müssen wir da mit rein? Ja, wir müssen da rein stehen. Kommt's hier? Ja. Wir müssen da rein. Ja, ich hab' den. Ja, ich hab' den. Sag' den. Wie, das haben wir dann? Loh? Watt? Leer, du, ich hab' den. Leer, du und ich hab' den. Wie, wie, wie wenig? Das ist ja, stimmt. Böhm. Spinn, Level 8! Ja, ich auch. Das Urgewehr. Wow. Wow. Okay, sowas machen wir auch sofort nicht mehr. Nee. Fuck, ich bin klappert am Geld vorbei. Was kriege ich? Gezogen? Ja, okay. Ah, Heiko kriegt Geld, ja natürlich! Das Schwein! Na, richtig gut. Ey, komm jetzt, das Schwein. Bei dem ersten Fertigkeiten. Ja, wundervoll. Hm. Hm. Was ist ein Wahlteil? Ich bin aufgelt, ich war nur noch 56. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Loi. Was bedeutet, die Gefahr ist so stark. Ach komm, wir machen jetzt kurz noch ein... Juwelier. Seid ihr fertig? Naaaain, noch nie ganz. Ganz so rum, Tarno, müssen da wissen. Was ist denn das? Leichte Schutzwestern im Grunde freigeschaltet alle. Dieht denn die aus? Oh, die ist cool. Geht man da zu arg, aber die bringt weniger. Hm. Beschützt halt weniger, ne? Ja. Ähm, ja, ich probierte Schuhe ein. Das war du noch ganz gut. So. Hm, so. Passt's, oder? Heiko, ich noch in fähigen Fertigkeiten. Am Inventar die ganze Zeit so einen hässlichen Stern, obwohl ich nichts mehr habe, was ich anschauen könnte. Ach, Gott, schlecht. Okay, wir können loslegen. Oh, warte, du kannst beim Verbluten deine Primärwaffe benutzen. Das ist gut. Oder, wenn du von mindestens drei Gegnern umzingelt bist, verursachtest du 15% mehr Schaden. Was ist jetzt besser? Ich glaube, das würde 15% mehr Schaden, weil wir wollen ja hoffen, dass du nicht so oft tot bist. Ja, komm, kaufen wir mal. Also, los geht's. Äh, Juwelier ist's jetzt. Ja. Hast du die Folge jetzt beendet, oder? Nö, genau. Geht weiter. 20 Minuten nach, 15, 19, 20 Uhr. Tja, da nehm ich jetzt auch mal wieder auf, ne? Pfff. Pfff. Pfff.